Jawoll, herzlich willkommen zurück hier zu einer neuen Folge von Pokémon Mond. Wir sind heute immer noch im Hokulani-Berg und wir reden jetzt mal mit dieser Person da hinten, die vor der Sternwarte steht. Ah, Professor ist auch dabei. Na, altes Haus? Oh, der große Mars-Greal persönlich beerdet uns mit einem Besuch. Matze, das ist Marlon, erster Leiter der Sternwarte und der Verwaltete PC-Boxen, aber wohlgemerkt kein Captain. Der fantastische Mars-Greal hat gesprochen. Es kann eben nicht jeder so groß rauskommen wie du, mein maskierter Freund. Aber er hat recht, mein Tag als Captain liegen inzwischen hinter mir. Du bist Matze, stimmt's? Danke, dass du den weiten Weg bis hierher auf dich genommen hast. Aber Chris, unser Captain, ist sehr beschäftigt. Er berechnet die Flugbahn von Kometen und kümmert sich um die Instandhaltung des Festivalplazas. Ach, das ist Chris, den wir schon kennengelernt haben. Deshalb werde ich erstmal überprüfen, ob du qualifiziert bist, die Prüfung abzulegen. Früher haben Kukui und ich zusammen Abenteuer erlebt und gemeinsam trainiert. Jetzt wirst du erfahren, was ich alles dabei gelernt habe. Dann schauen wir mal. Und unser neues Team-Mitglied ist bereits auf unserer PC-Box. Also es wartet nur darauf, dass wir Level-mäßig gleichziehen und dass es unserem Team dann beitreten darf. Rückrund rennt Marlon, setzt Panzer Aeron ein. Oh, da müssen wir aufpassen. Der hat nämlich Stachler und Stachler. Das kann sehr, sehr ekelhaft werden für uns. Problem ist, wenn der jetzt Robustheit hat, kommen wir gegen den eh nicht durch. Beziehungsweise dann kann er einmal eine Attacke einsetzen und so viel. Okay, der ist eh eine starke... Windschneid, jawohl, sehr schön. Robustheit ist schon außer Kraft gesetzt. Windschneid können gerne die paar KP abziehen, das interessiert mich. Null! Dann hauen wir das Panzer Aeron weg. Top. So. Fuego erreicht Level 35. Danke, dass ich Peter alles erhält, erhält auch der Rest. Tuganon erreicht Level 30. Ah nein, Kreideschrei brauchen wir nicht. Bekannter Attacke behalten. Hat Kreideschrei nicht erlernt. Sehr gut. Pope und Trainer Marlon setzt das nächste Stickdreh ein. Möchtest du dein Pokémon wechseln? Äh, in der Tat würde ich den wechseln. Lassen wir Kutuz mal wieder kämpfen. Oh, ne, das ist schon so kreislich auf den Haar. Das geht gar nicht. Ich will sagen, schauen wir uns den Wassertonado mal an. Dickdreh fängt aber an mit Tiefschlag. Es ist uns egal. Unser Kutuz ist dran mit Superwasser-Tanado. Und da geht die Deksi flöten. So, Freundschaftsakt wirkt bei Kutuzuzu. 1000, Level 39 für Kutuzuzu. Und Methang. Stahl-Psycho. Fueko, du darfst nochmal. Nein, auf gar keinen Fall. Lieber Mann, das bist du komplett irre. Feuerzahn. Patronenhieb. Wirkt halt nicht viel. Stahl auf Feuer. Wir schmelzen Methang erstmal ein bisschen. Nochmal Feuerzahn. Und Methang ist geschmolzen. 690 EP-Punkte. Pokémon Trainer Marlon wurde besiegt. Dieser Kukui mit dir hat eine gute Wahl getroffen. 3000 Poké-Dollar auf unser Konto. Ist zumindest ein Vital-Krad. Wow. Alles klar, du hast die nötigen Qualifikationen, um die Prüfung abzulegen. Hast du das gesehen, Marlon? Ich glaube, er ist sogar stärker, als wir es bei unserer Inselwanderschaft waren. Und noch etwas, warum nennst du mich ständig? Mask Royale. Sehe ich diesem extrem erfolgreichen und bildhübschen Profi-Wrestler denn so ähnlich? Aber gut, ich gehe dann mal zurück nach Malia City zum Beziehergarten. Talia hat inzwischen siehe genug Malasadas verputzt. Ich werde ihn herbringen. Es ist schön zu sehen, dass sich mein Alter Freuden kein bisschen verändert hat. Schau dich ruhig in unsere Sternwarte um, Matze. Du bist herzlich willkommen. Ja, aber nach diesem tollen Kampf dürfen wir jetzt erst mal kurz Pokémon heilen gehen. Und dann kämpfe ich gerne gegen dich, mein Freund. Ich zum Süsse bin. Gegen Chris wahrscheinlich müssen wir kämpfen, nehme ich an. Oder vielleicht fordern wir uns Chris nochmal raus. Ansonsten schauen wir uns nur die Sternenmatte an, ohne kämpfen. So, unsere 5. Vielen Dank für deine Geduld. Deine Pokémon sind wieder topfit. Bitte beehre uns bald wieder. Na klaro. Ich würde sagen, schauen wir mal da rein. Hokulani Sternwarte. Wir nutzen bei der Betrachtung und der Forschung von Himmelskörpern neben der Infrarotstrahlung unter anderem auch Radiowellen. Alles klar. Hier, das ideale Geschenk, um deinen Besuch in der Sternwarte in bester Erinnerung zu behalten. Dieses Stück löst sich von einem Kometen, als dieser an unserem Planeten vorbeiflogt. Eine bedeutsame Begegnung mit dem Weltall, davon träumt doch jeder Wissenschaftler. Für unsere astrophysischen Berechnungen kommen bei unseren Großrechner zum Einsatz. So macht es noch mehr Spaß, das Weltall zu erforschen. Ein Hoch auf unseren Computer. Ein astronomisches Teleskop ist im Grunde nichts anderes als eine Digitalkamera. Nur viel größer und besser als das, was man so für den Heimgebrauch hat. Man blickt auch längst nicht mehr durch ein Teleskop wie früher, um den Nachthimmel zu betrachten. Vielmehr macht man Fotos des Weltalls, um es zu erforschen. Alles klar, gut zu wissen. Lassen wir es. So, müssen wir da reingehen, oder? Ein Magnetilo. Da können wir nicht rein. Da können wir rein, aber da gehe ich ja so nicht rein. Marlon und Chris sind richtig dicke Freunde. Sie spielen immer zusammen Videospiele, bis in die frühen Morgenstunden. Es ist wirklich bewundernswert, dass sie es dann noch schaffen, ihre Arbeit zu erledigen. Die sind wie wir. Wir machen sie das nur. Die sind wie wir. Die können das einfach. Die sind cool. Ja, du bist also Chris. Chris an Kontrollzentrale. Ein neues Ziel findet sich im Anflug. Für einen mutter Auftreffpunkt. Die Prüfungsstätte. Können Takt in 5, 4, 3, 2, 1. Sag mal, magst du den Festival Blaser? Na, wenn das so ist? Ach egal. Fangen wir einfach an. Hier und jetzt. Im Prinzip ist es das Ziel der Prüfung, das jeweilige Herrscher-Pokémon hervorzulocken, um ihm die eigene Stärke zu weisen. Da kam mir eine Idee. Was, wenn es einen Weg gäbe, Herrscher-Pokémon auf der Stelle herbeizurufen? Also habe ich ein bisschen rumprobiert und eine Maschine gebaut, mit der man ein Herrscher-Pokémon rufen kann. Warum ich diese Maschine erfunden habe? Dafür muss ich etwas weiter ausholen. Hier in der Sternenwarte untersuchen wir in erster Linie Schallwellen aus dem All. Viele Menschen können diese Schallwellen leider nicht wahrnehmen, Pokémon hingegen schon. Die Schallwellen, die wir hier abfangen, werden schließlich in die weiter Welt hinausgeschickt. Damit wir überprüfen können, wie die Pokémon auf sie reagieren. Das Equipment, das dabei zum Einsatz kommt, stellt die Grundlage für meine Maschine zum Rufen von Herrscher-Pokémon dar. Die Schallwellen, die wir hier abfangen, haben uns auch bei der Entwicklung des Sicherheitssystems der Sternenwarte geholfen. Die Idee dafür übrigens nicht von mir, sondern von Marlon. Stammte übrigens nicht von mir. Wo wir gerade dabei sind. Ich wollte meine Maschine eben einweilen. Zieh dir das Experiment doch einfach mit an. Aktiviere Herrscher-Wartmodell 2.0 Also dann, Herrscher-Pokémon. Na super. Was? Ein Stromausfall? Verflixt, die Tür ist verriegelt. Wie kriege ich denn jetzt das Sicherheitssystem deaktiviert, damit ich die Tür öffnen kann? Ach ja, über das automatische Sound-Effekt-Quiz. Keine Sorge, ich spüre eine ungewöhnliche Präsenz. Das Herrscher-Pokémon ist auf dem Weg hierher. Die Prüfungsstätte kann also trotzdem stattfinden. Die Prüfung, mach dich bereit, es ist Prüfungszeit. Damit sich die Tür öffnen, musst du erst ein Sound-Effekt-Quiz absolviert werden. Frage 1. Welches Ereignis ordnet man dem folgenden Sound-Effekt zu? Ja, ist das ja klar. Oh, kaum bist du dir aufgegangen, ist dein Pokémon-Ezimmer eingedrungen. Das ist dann wohl ein Fall für dich, Matze. Ein Mabula. Nicht wundern, ich weiß schon, warum ich Glut einsetze. Es geht um Elektro-Pokémon. Und das war ein Käfer-Pokémon. Und für dieses kleine Käfer-Pokémon reicht ein Glut. Dumm nur, dass die Tür wieder zugegangen ist, während wir hier geplaudert haben. Keine Sorge, das Herrscher-Pokémon wird aufbauen, da bin ich mir sicher. Was heißt, das Herrscher-Pokémon wurde in der Ferne festgestellt? Ah, cool, es fliegt den Berg hoch jetzt. Dann Tür muss ein... Frage 2. Welches Item erhält man bei dem folgenden Sound-Effekt? Jawohl. Uh, schon wieder ist dein Pokémon-Effekt? Ich gehöre ganz dir, Matze. Danke dir, Chris. Freut mich richtig, dass du hier netz und nett bist. Ist das ein fucking Bus? Alter. Weiterentwicklung von Mabula. Ich sollte auch hier... Oh, es reicht nicht. Ach, du kriegst einen Ladevorgang. Okay, das passt noch. Wenn es nur Ladevorgang ist, ist mir das egal. Äh, ja. Glut und weg mit dir. Tschüss. Ich meinte, das erreicht Level 31. Na dann. Also ich lese das nicht vorhanden, weil das ist jedes Mal dasselbe Text, glaube ich. Das Herrscher-Pokémon kommt immer näher. Welches Pokémon hört man bei dem folgenden Sound-Effekt rufen? Oh, zum Glück war es richtig. Die Tür geht zwar auf, aber da ist doch bestimmt wieder... Jawohl. Wieder ein Pokémon. Wieder ein Akub. Und ich vermute auch diesmal... ... wird uns... ... die Glut nicht reichen. Nein, es ist stärker. Der Funkensprung, es greift sogar an. Scheiße. Och, nee. Ich hasse diese Viecher. Du hast alles im Griff. Super, Matzer. Aber schon wieder ist die Tür zugegangen. Ja, jetzt wäre schön, wenn ich mein Pokémon mal heilen könnte. Ohne Witz. Wer oder was erscheint bei dem folgenden Sound-Effekt? Ohnein, woher wüsste ich das nur? Da, da ist es. Das Herrscher-Pokémon. Zeig, was in dir steckt, Matze. Das Herrscher-Pokémon ist erschienen. Los geht's. Donarion, Herrscher, greift an. Als allererstes. Ich probiere es mit Feuerzahn erstmal. Funken von Donarion. Wir sind natürlich langsamer. Oh, oh. Oh, oh. Ich glaub. Das Herrscher-Pokémon interessiert mich aber gar nicht. Sorry. Aber vielleicht nackst du jetzt mich doch ein bisschen. Ja. Ich muss leider Kraftwurzeln einsetzen. Ich muss wieder volle KP haben. Funken-Sprung von Donarion. Ich halte die Paralyse jetzt einfach dabei. Weil ich glaub, wenn wir die Paralyse halten, ähm, kann nichts anderes passieren. Es zieht sich selber KP ab, doch die Verbrennung, das ist super. Und dann würde ich sagen, setzen wir nochmal Feuerzahn ein. Nein, das ist jetzt auf der Kupp... Oh mein Gott. Oh Mann, ich hasse das. Level up im Kampf. Level 36. Donarion ruft wieder mitschreibt, das ist ja klar. Und wieder kommt einer. Genau, auf Donarion. Jetzt ist sie wahrscheinlich Paralyse und kann nicht angreifen. Käferbiss. Von Donarion. Wirkt nicht so viel. Jawohl. Ich kann nicht angreifen und paralysiert sind. Senken wir sie noch unsere Initiative. Das ist das einzigste Positive, dass diese Verbrennung Donarion früher oder später in die Knie zwingt. Hatte ich mit Selvaro natürlich nicht, weil Selvaro ist ein Pflanzen-Pokémon. Das konnte ich gar nicht einsetzen zu dem Zeitpunkt. Jawohl, jetzt muss es treffen, jetzt danke schön. Donarion ist besiegt. Pikachu erreicht Level 36. Kuganon erreicht Level 31. Das ist eigentlich lustig, wenn ich zu überlege, wir haben 1 auf 39 mit Katschutsu, 2 auf 36 und 2 auf 31. Na gut, der wird besiegt. 545. Kriegt auch der Rest. Jawohl. Du besiegst Donarion Herrscher. Chris? Marlon? Da hast du als Käpt'n mal wieder eine richtig gute Figur abgeben. Matze hat von deiner Hilfe sichtlich profitieren können und dein Experiment war auch ein Erfolg. So wie es aussieht, verbraucht dein Herrscher-Mat-Modell 200 noch zu viel Strom. Es gibt also durchaus noch Raum für Verbesserungen. Vielleicht kriegst du ja Akkupp dazu, die nötige Energie beizusteuern. Hier, Matze. Für deinen Sieg über das Herrscher-Pokémon bekommst du von mir den Z-Kristall Volcium Z. Prüfung bestanden. Schau genau hin. Im Dunkel habe ich mir irgendwie wohler gefühlt. Wenn du mir jetzt so direkt ins Gesicht schaust, werde ich ganz nervös. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Wo ist der Stromausfall, wenn man ihn braucht? Also, äh, danke und herzlichen Glückwunsch. Du hast die Prüfung bestanden. Ich gratuliere zur Bestandeneinprüfung und auch dir vielen Dank, Käpt'n Chris. Mein Herz rast doch immer wie verrückt. Hey, du bist zwar mein Cousin, aber dich zum Käpt'n zu machen war eine gute Wahl, Chris. Normalerweise werden die Käpt'ns ja vom Inselkönig erlangen, aber hier auf Ula Ula laufen die Dinge nun mal ein wenig anders. Genau, ich wurde vom Marlon zum Käpt'n erlangen, nicht vom Inselkönig. Aber du hast es wirklich drauf, Matze. Hm, Chris scheint viel von dir zu halten. Gut, dann habe ich auch noch was für dich. Du erhältst den Z-Kristall Metallium-Z. Metallium-Z wurde in der Z-Kristalltasche verstopft. Diese Z-Kristalle habe ich mir jetzt zusammen mit meinem Pokémon auf meiner Inselwanderschaft erkämpft, um stärker zu werden. Aber die ist er jetzt in besseren Händen. Keine falsche Bescheidenheit, nimm ihn nur. Ich kettet übrigens noch eine Bitte an dich. Der gute Kuckucki hat mir hier nämlich an euch etwas liegen lassen. Oh, alles klar. Du erhältst das Item Maske des Profs. Kuckucki wolltest du mal in den Ziergarten zurück. Entschuldigung für die Umstände, aber könntest du die Maske bitte bei ihm abliefern? Klaro, machen wir doch. Bei unserer nächsten Begegnung müssen wir unbedingt mal gegeneinander kämpfen. Klaro, machen wir. So, ab geht's raus. Aber ich würde sagen, wir laufen den Berg zu Fuß runter. Ich glaube, da warten ein paar Trainer auf uns, wenn ich das richtig gesehen habe. und dann nehmen wir die Trainer mit. Super. Weiter geht unsere Reise. Aber nicht, dass ihr euch wundert. Erst zur nächsten Folge. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Wir sehen uns zur nächsten Folge wieder, Freunde. Bis dann und ciao mit V. Ciao. Outro 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 Bis zum nächsten Mal.